Der Weltfanglisten erst... Jetzt werden wir sehen, ob es tut, der Herr Becker. Die Spitze von Goran, Sie erinnern sich, auch er mit dieser Anfangsäule... Das ist ungewöhnlich, da haben wir es gesehen. Zwei Blitzsauberate, drei, zwei Cent. Das ist... Ein weiterer Doppelfehler von Goran. Das ist ein weiterer Doppelfehler von Goran. Der längste Ballwechsel bisher beendet den ersten Durchgang nach 24 Minuten. 6,3. Das ist hoffentlich besser. Das ist ein weiterer Doppelfehler von Goran. Der Spieler viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Und dazu geht... Das ist ein weiterer Doppelfehler von Goran. Das ist ein weiterer Doppelfehler von Goran. Das ist ein weiterer Doppelfehler von Goran. Und die Zuschauer... Das ist ein Sacred... Bravo! Ganz frühe... Weltklasse! Absolute Konzentration 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 Etwas mehr als eine Stunde hat es gedauert. Peace Tempres gewinnt mit 6-3-6-4. Also in zwei Sätzen. Zoran Iwanesevic ausgeschieden, das ist klar. Aber Peace Tempres ist auch noch nicht durch. Denn wenn Stefan Edberg in drei Sätzen gegen Becker gewinnt, alles Spekulation, dann wird es auch.